Und hallo Leute, ich bin Jitpaki und willkommen zu meinem Video. Heute spiele ich Roblox Roblox Sinking Ship Ich dingle voll ab und gehe aufs Heck So und wir starten diesen Modus und natürlich wieder ein Review zu machen Und das Schiff sinkt Es ist ein Schiff, das schön Bro Ja, sage mal Es sinkt noch nicht, oder sinkt es schon? Ja, wackeln, wie bescheuert Gut, ich mache erste Person Was ich besser sehe? Wo bin ich? Where am I? Where am I? Gut, ich muss noch etwas roten, bis er wirklich sinkt Oder sinkt es? Nein, gerade nicht Können wir es in Rettungsputen gehen, oder nicht? Komm ich da rein? Gut, ich muss warten auf den Kapitän oder auf den Besatzungsmitglied Offizielles Die Hölle Nein, das ist doch nicht Nach hinten, jetzt Kapitän Diese Penner Sollen nicht hier Boote starten Weil es keinen Kapitän gibt, anscheinend Gibt es keinen Kapitän, oder? Es gibt keinen Kapitän, ja Diese Penner springen ins Wasser Diese Penner springen ins Wasser Start the F-Boat Start the F-Boat Start the F-Boat Diese Penner springen ins Wasser Diese Penner springen ins Wasser Also, jetzt ist das Die Penner springen ins Wasser Die Penner springen ins Wasser so die haben klein das dingste bei den 1000 start Da heckt, Bro. Let me out. Ich will schwimmen, hey. Ich will schwimmen, echt jetzt. Genialer Typ. Er startet sich selber... Ich bin tot. Gut, ich bin tot. Nein, was? Warum bin ich nicht tot? Ich will... Irgendwo hier gab es einen Ausgang. Irgendwo gab es einen Ausgang. Nein! Bin ich tot? Bin ich tot? Ich bin tot, verdammt. Ich muss sich Robux zahlen, verdammt. Diese Deppen. Ich will Robux. Gut, ich gehe ins Café. Ich liebe Café. Und dann gehe ich aus dem Café raus, weil ich keinen Café mehr liebe. Und es ist ein Containerschiff. Voll genial, natürlich. Und ich kann nämlich aufs Dach. Was? Nein. Ich das. Nein. Nein, wir sinken. Verdammt. Wir sinken. Nein, nein, nein. Warum aktiviert sich... Was ist los? Was ist mit dem Zeug los? Warum spinnt es auf einmal? Hm? Hm? Ja, was ist? Du kannst die Kisten aufbauen, wenn du Filmen mitgucken willst. Ja. Nein, 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 nein. Ok, 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 ich spreche. Ich werde nicht aufstehen. Oh, das Schiff sinkt. Jetzt klettern nach oben. Da gibt es nämlich die normale Treppe. Oh, 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 wo ist das, was ist das? Ein leeres Zimmer. Ok. Und Treppen. Uninteressant. Doch. Es ist interessant. Wenn ich auf die Treppen raufgehe, bin ich in der Kapitänskajüte. Hoffentlich. Wenn nicht, bin ich tot. Gut. Ich will aber nicht sterben. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt in der Kapitänskajüte oder auf der Kommandobrücke oder... Ja, ich bin auf der Kommandobrücke. Du musst jetzt irgendwie nach hochkommen. Was ich auch gerade geschafft habe. Oh, 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 oh. Gut. Wo sind wir? Das Wasser hat kein Rendering. Theo, das ist keine Titanic. Das ist ein Containerschiff. Egal. Das ist das Schiff an Titanic. Oder fast Titanic. Theo, Vorsicht. Fällst doch da runter. Nein, ich fall nicht runter. Das ist so stark genug, dass ich da nicht runterfalle. Ich hoffe, wie es gekippt ist. Ok. Wenn ihr mich fragt, ich bewerte den Modus mit 8 von 10. Warum? Nicht sehr interessantes Gameplay. Viele Spiele und da sind halt ein Schiff und man kann da drin rumlaufen und alles toll und super. Deswegen, weil es da halt auch das Wasser und man auf dem Wasser laufen kann. Deswegen bewerte ich es 8 von 10. Wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt, wie Roblox-Modusbewertungen, Minecraft, einfach Roblox, reales Leben, Lego und so weiter, dann bitte abonniert meinen Kanal und like dieses Video. Ganz wichtig. Ich laufe auf Ende. Und jetzt sage ich erst mal. Tschüss Leute. Bis nächstes Video.